Castellino Tactic bietet Produkte und Service Lösungen für alle Verbindungs-, Reparatur- und Wartungsfragen im Zusammenhang mit industriellen Teilen. Dazu gehört häufig auch Oberflächentechnik gegen extreme Umgebungsbedingungen. Wir bieten dafür die umfassendste Palette der in den vergangenen 100 Jahren entwickelten Technologien. Und das ist unser Geschäft. Wir verlängern die Lebensdauer von Bauteilen. Unsere Geschichte beginnt vor über 100 Jahren in der Schweiz. Als der Gründer des Unternehmens, Jan-Pierre Wassermann, den Reparatur- und Verschleißschutzprozess von Metallen revolutioniert. Vor 50 Jahren hatten wir uns bereits als globaler Marktführer etabliert und wurden in der Industrie zur Referenz für Qualität und Innovation. Heute findet man uns in über 100 Ländern immer noch ein und demselben Ziel verpflichtet, ihr Geschäft zuverlässig und kosteneffektiv zu gestalten. Über 100 Jahre wurden wir mit schwerwiegenden Umweltveränderungen und Kunden konfrontiert, und die uns vor neuen Herausforderungen stellten. Wir reagierten mit innovativen Lösungen, die diese Performance effizient in Werkstätten und vor Ort bringen. Im Grunde sind wir immer noch ein Familienunternehmen. Stärke mit Castellin Eutectic Stärke mit Castellin Eutectic Stärke mit Castellin Eutectiv 건 Stärke mit C